Im Juni 2015 kontaktiert mich die Neubruck Immo GmbH zum ersten Mal. Ich solle mir Gedanken zu einer Überdachung des Innenhofs des Töpperschlosses Neubruck machen. Der Innenhof soll wettersicher für Hochzeitsveranstaltungen und Konzerte werden. Meine erste Idee ist nun die Konzepte der 1960er und siebziger Jahre von Coop Himmelblau und Hans Hollein in Realität umzusetzen. Es sollte ein großer Luftballon über dem Innenhof schweben, eine pneumatische Blase. 26 Jahre Entwicklungsgeschichte und kein Ende, Designwurz. Vor 23 Jahren stellte Sansku ein neues Produkt für die temporäre Architektur vor, das beidseitig ausrollbare Sonnensegel. Der Auslöser für die Entwicklung dieses Sonnensegels war meine Studienarbeit. Das Grundprinzip war, dass diese Konstruktion auf Zug- und Druckelementen aufgebaut war und die Dimensionen der Bauelemente so minimal wie möglich sein konnten. Das Konzept Bubble wird im Oktober 2015 in Entwurf 1 konkreter ausgearbeitet. Statikgespräche finden statt, potenzielle Produzenten werden kontaktiert. Bauphysikalisch ganz wesentlich bei diesem Konzept ist die Abgrenzung zum Bestand. Der Pantheon-Effekt, der Thermodynamik zählt. Auch das Landeskonservatorat des Bundesdenkmalamtes wird zu diesem Zeitpunkt bereits konsultiert. Von dieser Seite wird eine noch klarere Entkoppelung der Bubble-Konstruktion von der historischen Substanz angeregt. Es folgt die Bubble-Aufhänge-Konstruktion. Vorstatik wurde in diese Zeichnung bereits eingearbeitet. Die Grundkriterien für die Sonnensegel waren, a, wie kann ich mit minimalstem Kraftaufwand diese bis zu 75 Quadratmeter großen Tuchflächen optimal, also ausreichend, spannen? Und b, wie können diese Spannkräfte dann über Stützen so weich wie möglich in die Wandaufbauten eingeleitet werden? In zahlreichen Tests hat sich gezeigt, dass die Basiskraft, welche auf ein Segel wirkt, nicht größer als 70 Kilogramm ist, also nicht größer als eine Mannlast ist. Und noch heute werden unsere Anlagen mit dieser Ein-Mannlast oder den sogenannten Segelkraft getestet. Wenn dieser martialische Test positiv ausfällt, sind wir sicher, dass auch die danach aufwändigen statischen Berechnungen innerhalb der Limit sind. Weitere Features von SunSquare, die universelle Einsetzbarkeit. Ob als reiner Sonnenschutz oder Regenschutz, die Anlagen müssen für den entsprechenden Einsatz nur richtig geplant werden. So sind Regenschutzanlagen mit einer Mindestneigung von 15 Grad auszulegen, damit das Regenwasser nicht im Segel stehen bleibt. Mehrfachanlagen nur für den Sonnenschutz funktionieren perfekt. Die Spalten zwischen den Segeln sind im Gesamten gesehen vernachlässigbar, aber für Regenschutzanlagen ungeeignet. Dreieckförmige Segel überlappend zu bauen, wäre die Antwort. Aber Anlagen, bei denen seitlich entwässert wird, entwässern schwallartig und unkontrolliert. Und es gibt keine größere Fehlplanung im Regen, Segelbau als schwallartig zu entwässern. Erste Versuche, die Dreiecksanlagen von SunSquare zum Entwurf Diamant zu kombinieren und es folgt die Kontaktaufnahme zu SunSquare selbst und deren Designer Gerald Wurz. Designer Wurz schlägt also eine Kombination aus drei Doppelrollsegeln vor. Das Markisenprinzip wird umgedreht und die Entwässerung erfolgt entlang der Drehachse in der Mitte. Ein Novum für das System SunSquare. Ich nenne den Entwurf Kolibri, weil das sandfarbene Federkleid elegant schwebend am Entwässerungstrichter saugt wie an einem Blütentrichter. Die Nahsymmetrie und die geometrische Annäherung an die Kontur des Innenhofes erzeugen Spannung und Harmonie gleichzeitig. Die Kombination aus mehreren formverwandten Segeln spiegelt das Prinzip der Selbstähnlichkeit wieder, welches in der digitalen und organischen Architektur unserer Zeit Teil des ästhetischen Kanons ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! fall arrogant Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! alle